das war knapp und gut dass er daran gelatscht ist hat mir den spike gezeigt zeig mir deinen spike das ist gold schwerst verdient ok was war's ich brauchte da reingelatscht ist das ein assi so jetzt hat er alle jetzt hat er alle auf dem hals ich will ihn verrecken sehen macht ihn kalt macht ihn kalt los du hässliche kohle rüber mach ihn tot junge wo fliegst du hin du idiot nein hat er es noch überlebt wo ich mich erschrocken so grüß dich herzlich willkommen so da darf ich nicht durch da habe ich eine Falle hingebaut blödsinn Mist 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 Tut mir ja leid Kumpel, aber du kamst mir so bedrohlich nah. So, wie geht's? Wie steht's? Was macht die Kunst? Was macht die Leidenschaft? Geil. Aber mit den Einstellungen dann... Oh, es war so ein Leckerli. Ich hatte auf Streets 140 FPS. So, wie geht's? So, wie geht's? So, wie geht's? So, wie geht's? Ja,ら, aber auch. Na, da hago. Da la. So, wie geht's? So, wenn ich einen,373-4-1-4-4-8-4-6-8-4. Nein! Bei allen anderen Maps, ich hatte auf Customs 200 FPS über 200 Laps bin ich gar nicht das gegangen, weil da wäre ich wahrscheinlich komplett aus allen Bäumen gefallen. Nein! Rein in deine Fresse! Nein! Sie sind hässlich! Ey blockierst du mich mal nicht, du Idiot! Alter, ihr Arschlöcher! Nächster! Die sind eigentlich dumm! Guck guck! Guck guck! Ich glaube, es liegt eigentlich nur bei Nacht und da geht es noch okay. Okay! Oh, ich muss mich mal sputen hier! Die Zone kommt! Wow! Ja! Die Zone. Die Zone. Der Rei Gun. Die Eich-G Pont. Die Zone im Angler. Guck. Die Zone. Die Zone. Die Zone im Angler und die Zone im Angler machen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So wird das gemacht. So werden Freundschaften geschlossen fürs Leben. So wird das gemacht. So wird das gemacht. So wird das gemacht. So wird das gemacht. Okay. Let's go. Danke. Das fand ich ja super. Schön am Lagerfeuer kuscheln. Das war ja wieder eine richtig schöne Freundschaft. Das hat mir gut gefallen. So, da muss man sich gegenseitig... Ich finde das Solo richtig geil. Eigentlich so zum Looten. Da kann jeder sich vorbereiten. So, warte mal. Was brauche ich noch? Noch so ein Fitzelchen. Dann bin ich Level 9.